Let me show you just what I'm made of Dort will ja Sakura angeblich wieder was erledigen Aber in Wirklichkeit, wir sind nur Zeit schänden, damit Naruto und Hinata näher zueinander finden können So, hier hat die Naruto Brücke, die befindet sich immer noch im Bau, wie es scheint Da werden auch alte Erinnerungen wach Wir sind da Offenbar, es wird hier schwer gebaut Der ganze lange Weg, nichts ist passiert Also Sakura, was hast du jetzt zu erledigen? Erledigen? Och, ja richtig Ich bin gleich wieder da Ich habe nichts zu erledigen, aber das macht nichts Ich muss es ohne erst mal einen klaren Kopf bekommen Sakura wird ein bisschen müde Diese Brücke, die heißt die große Naruto Brücke Ja, offenbar Mann, die nach mir benannt ist schon irgendwie peinlich Es gibt sogar eine Naruto Brücke In real life Oder war es eine Brücke? Ich glaube, es gab irgendetwas, was sich in Asien Irgendetwas, was den Namen Naruto hat Wirklich Das gibt es Das wurde Davon habe ich jedenfalls gehört Aber das ist fantastisch, Naruto Hier ist auch eine Menge geschehen Ähm, würdest du mir die Geschichte vielleicht erzählen? Na gut Nachdem ich Genin geworden bin, wollte Sollte ich bei einer ersten Seramismus Und eine bedeutende persönliche Karriere begleiten Das war das erste Mal, dass ich gegen einen Ninja aus einem anderen Dorf kämpfte Oh ja Sabusa Und Haku Das war schon sein erster richtig schwieriger Kampf Und das alles, wusstest du, wo du erst gegen gewesen bist? Wir kämpften gegen Sabusa Von den sieben Schwert Ninjas Des Nebels Und gegen Einen Kern namens Haku Wie der dann auch wie ein Mädchen aussieht Und wie er auch noch wie eins gekleidet ist Ich trat gegen Haku an Manche Maschine meint fein zu sein Aber mancher hat auch den Eindruck, er wäre etwas anders Naruto gegen Haku, hä? Alles klar I am ready To rambo Eine weitere Erinnerung Minjutsu 15 Treffer-Kombo Na gut Und los So Und zack Ey, schade, dass ich da noch nicht auf mein Auf mein richtiges U-Zu zugreifen kann Ach, hier könnte ich ihn treffen, wenn Ausweichen würde ich dazwischen So Leider gibt es keine Geheimtechnik Ah, verdammt Okay, aber jetzt Jetzt haben wir damit getroffen Es ist leider keine Geheimtechnik hier Ah, gut Nicht so schlimm So Jetzt bleibst du mal stehen, du Kommst du mir nicht Und Ciao Hm, nice Oh yeah Und alle Nebenquests erfüllt Und lass mich raten S-Ranking Oh yeah Und ein weiteres Erinnerungsfragment In unserem Besitz Sehr schön Es war Er war unheimlich stark Aber es gelang uns irgendwie Eine Parole zu bieten Ja Das war ein Kampf Dann wurde Sabusa von seinem Auftraggeber hintergangen Und der Kampf ging zu Ende Ja Das war schon schlimm Am Ende wurde es richtig emotional Oh Aber ich habe das mit noch klar vor Augen Wie sie lebten und dachten Und das, was Haku mir beigebracht hat Wenn eine Person etwas Wertvolles zu beschützen hat Dann reicht sie wahre Stärke Hm Kannst du also nur viel stärker werden Als du selbst bist, Naruto Du hast schließlich eine Menge zu beschützen Hinata Ja, du hast recht Ich muss halt an mir arbeiten Und stärker werden Ha, offenbar Möge es sich die Beste Dinge besser, als ich gedacht hätte Oh, so gut Hast du deine Sachen erledigt? Oh, ja Ich bin fertig Gut Gut, dann wird es halt wieder Keiner Konoha Oh, oh Ich habe nichts ein, wo man Verleihen könnte Keiner Unterwahl Was ist jetzt wieder los? Was die wohl jetzt wieder vor hat? Oh Nun ja Damit haben wir jetzt zwar Erfolg Aber wie geht es jetzt in der Story weiter? Neues Ereignis Oh Aha Das kommt dann auch immer dazu Hm Okay, ich verstehe schon So, dass wir jedes Mal zusätzliche Ereignisse freigeschalten Hm Zum Hokage-Büro Na schön Ah Ah Ein weiterer Spannungspartner Diesmal weiblich Wow Stufe 3 Okay Das müsste ich aber jetzt schaffen Das Body E Alter, den Anzug Boah Hot as hell Äh Sushi-Kage Komm Dann so Dritte Reihe Kage Haku Unser Busa Hm Wiederbelebung gelöst Hä Probierst du mal mit der Dara und seiner Wiederbelebung gelöst Okay Dann los Dann wollen wir mal Zeigen wir mal denen, was wir so können Oh Wow Das sieht cool aus Hm Drachenflammen Aua Deine Sprengpfanne kannst du dir sonst mehr entstecken Und vorleihen Jetzt reicht's Ja Zack Zack Oh Ja Das sind geile Kommute Aua Das hasse ich, wenn sie mir diese Minen fallen Wegstellt So, aber hier Hyperstrahl von Obito Hm Wie er mit den Jutsu abgehen kann Das ist Schluss mit deinem Nimmst du weg, so bleibst du stehen Nein 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 Alter Bleibst du stehen Ah Temari Verdammt nochmal Alter Chill Out Out Komm schon Wer ist denn mal ab So Und jetzt Oh ja Komm schon Ja greif doch mal an Oh geil Jetzt setzt du das Schwert ein Aber Aber Ich komme trotzdem In diesem Eingreifen Also Boah Das war einfach wieder knapp Ey Alter Man merkt deutlich Wie diese Spannenskämpfe Heftig sind Aber hey Hätten wir das auch geschafft Mann Noch nicht Unglaublich Du hast mich wirklich überrascht Man sieht es Auf dich an Aber in deinem Herzen Ist tonweißer Leidenschaft Verborgen Als Geiz Geh fest in mir Ich werde geil davon berichten Tu das Sparien Stufe 3 Aber da fehlen noch einige So Erinnerungsverbände Ist hier auch noch Auflaufend vorhanden Nehmen wir uns gleich mal Das hier vor Sabusa Dämon aus Kirikagure Mit Kakashi Gegen Sabusa Los geht das Das gefällt mir doch I'm ready Dann mal los Hm Das kimmert auch wohl Auf die Reihe Ne Eine Wolke Lacht Das nicht zum Hinkriegen wäre Oh ja Ho Mann Anderes Jutsu Außer seinem Flammenden Schwert Ha Treffen Ständig damit Jetzt mal Automativer Jutsu Oh ja Zack Gleich nochmal Das Ganze Alter lässt sich Einfach treffen Aber echt Und Tschüss Nein Nein Zum Hinkwerfen Ja Brauche ich Nicht Okay Das war auch erledigt Der erste nächste Änderungsragment Können wir uns gleich Wieder vor Knöpfen Bevor wir uns dann Ja Den nächsten Änderungsragmenten Widmen Und es sind noch so viele Ey Die Vorstellung Alleine Noch so viele Zu erledigen Gibt Die Karte Sieht echt Größer aus Als sie eigentlich ist Nebel und Schnee Neue Einheit Aha Okay Kakashi und Sakura Gegen Sabusa Oh ja Richtig Der Rückkampf Gegen die beiden Ja Gute alte Zeiten Vom dritten Teil Dann starten wir mal durch Ne Hm Alter Da wetter mich einfach ab So Schluss hier Schluss jetzt Oh nein Schluss jetzt Schluss damit Magiku Shaigan Komm schon Alter Okay Okay Dann nehmen wir jetzt Sakura Kann ich nicht Aber jetzt kann ich Alter Alter Bleib mal stehen Du Aua Alter Es kam schon Nein Alter Was Nein Warum Das sollte ich Ich einsetzen Die haben mich ausgekommen Mit der eigenen Supergeilen Du Team Technik Das wollte ich gegen sie einsetzen Nein Nein Oh schon wieder Nicht im First Try Das ist zum Kotzen Ich will nicht alles Immer wieder holen Weil ich es mal nicht treffen konnte Aua Ja ist klar Chill mal Nein 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 Wörb So Zeit Nein 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 Oh Knapp Da ging es nicht Bäm Bäm Und wieder Treffer So Alter Nein Nicht nochmal Nein 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 Schnell Abhören Komm schon Jawoll Das Wollte ich eigentlich schaffen Das hatten wir schon Aber jetzt Und Tschüss Ja Allerdings Das muss ich auch Da waren schon die Gegner Ein bisschen heftiger Oh nein Ich hätte alle Nebenquests erfüllen können Hätte ich die 40% Gesundheit beachtet Dann Ja Scheiß drauf Ei 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 Na gut Hm Haben wir das jetzt Können wir uns diesen Ort hier verlassen Alle Erinnerungsvermönte Gut Gehen wir mal zurück zur Schildkröteninseln holen uns dort das Erinnerungsvermönte Holen uns alle mal aus der nächsten Nähe Ne Machen wir das so So wo ist dieses Ach hier Okay Aufwand mal speichern Ist ja schon wieder so viel dazwischen passiert Da will ich nicht dass Dass vielleicht irgendwas passiert und dann hab ich es nicht gespeichert Ne Das kann ich jetzt nicht brauchen So Entschuldigung Das wären wir für die Bestien im Duell Okay Aha Gehen Oh Ja Kisame Genau Kisane Alter Die Namen Es fällt mir so schwer sie zu merken Okay Dann mal los Might guy Was Wie viel hat der denn mit den Jutsu und Schaden gemacht Boah Ist ja nicht normal ey Alter bleib stehen Wie viel Schaden macht der eigentlich Wie viel Schaden macht der eigentlich Na schön Dynamic Oder Was war das jetzt eigentlich Irgendeine Keine Ahnung was Aber egal Alter Nicht treffen lassen Heilen 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 Daneben Alter Komm schon Zack Daneben Das muss ihn treffen Nein Nein Ja ne Ja ne Ja komm Hör auf Alter Abwehren Nochmal erwachen Wenn ich darf Oh my god Wird's nicht verlieren Ah man Nein 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 Alter Ja jetzt hör mal auf Chill Ne oder Verleih das jetzt etwa Ja weil ich nicht abgewehrt hab Nein Nicht auf ihn Keine Ahnung Kein First Try Boah wie viel Schaden der gemacht hat Der trifft dich einmal mit den Jutsu Und schon ist die Hälfte von Ein Gottverdammten Leiste weg Oh Warum muss ich das immer wieder wiederholen Geht es auch mal immer in First Try Weil das sind ja nur Erinnerungsfragmente Oh Sorry Aber ich hab schon zu viele Niederlagen erlitten Dass es mich ja schon aggro macht 65% Du mich auch Na Alter Da trifft ich noch nicht mal Nein Ich sollte eigentlich einen Luter einsetzen Das sollte mich dabei nicht packen So Nein Nicht mit mir Alter Komm schon Treff ihn mal Nein Oh 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 nein Boah Das war knapp eh So komm schon Zack Keim Technik Finisher Komm schon Alter Jawohl Jawohl Das war ein Fehler von ihm Diese Technik einzusetzen Oh ja Das wär's Das wär's Hä Keine Sorgen Das wird er bestimmt schon nicht vergessen Ah S-Rank Wirklich So gut habe ich mich auch nicht angestellt da Okay Wenn das Spiel meint Dass ich gut war Dann Danke Hat mein Bestes getan Naja Könnte schon besser sein Aber Auf Dauer Lässt die Leistung bei mir ein bisschen nach So Ich hoffe Ich hoffe dass das jetzt Mit den Erinnerungsverletten Ab jetzt Klar gehen kann Heißt Kein Fail mehr Keiner Sondern gleich Ah Gleich im First Try Naja Leichter gesagt Als getan Ne So Machen wir weiter Dann den nächsten Part Also Ja Daumen hoch Und dann sind wir ja beim nächsten Mal Trotz des Fails Wollte ich sagen Und Ja Seid gespannt Klickt wieder rein Euer Crush4D4 Geht in den nächsten Part Von Let's Play Naruto Shippon Ultimate Ingestone 4 Also auf Wiedersehen Tschüss Leute